Nur Hein hat einen Fehler. Er meint, wir müssten jeden Tag in Korn ein wenig so lange, was sie ihn brauchen. Aber Hein, du weißt, Korn ist keine Lösung. Es ist ein Destillat. Aber ich geb dir noch ein Geschenk. Einen Korn, der deinen Namen trägt, der dann auf jeder Flasche steht, den trink ich dir heute noch ein. Einen Korn, der deinen Namen trägt, und dann so fort wie die Birne fehlt, so lange, bis sie in der Nacht. Einen Korn, der deinen Namen trägt, der dann auf jeder Flasche steht, den trink ich dir heute noch ein. Einen Korn, der deinen Namen trägt, der dann auf jeder Flasche steht, den trink ich dir heute noch ein. Einen Korn, der deinen Namen trägt, der dann auf jeder Flasche steht, den trink ich dir heute noch ein. Einen Korn, der deinen Namen trägt, der dann auf jeder Flasche steht, den trink ich dir heute noch ein. Einen Korn, der deinen Namen trägt, der dann auf jeder Flasche steht, den trink ich dir heute noch ein. Einen Korn, der deinen Namen trägt, der dann auf jeder Flasche steht, den trink ich dir heute noch ein. Einen Korn, der deinen Namen trägt, der dann auf jeder Flasche steht, den trink ich dir heute noch ein. Einen Korn, der deinen Namen trägt, der dann auf jeder Flasche steht, den trink ich dir heute noch ein. Einen Korn, der deinen Namen trägt, der dann auf jeder Flasche steht, den trink ich dir heute noch ein. Einen Korn, der deinen Namen trägt, der dann auf jeder Flasche steht, den trink ich dir heute noch ein. Jetzt, liebe Nerven und Baranesen, ich sehe Sie in wunderbarer Mantur, erhebt euch von den Plätzen unter unserem Karneval in der 27. Saison. Und unser neues Elferratsmitglied, der strahlende Schamerschönheit, der Kapellmeister. ein Knatschmarsch für den Einmarsch, unser erstes Glück will ich sehen. Kommt nach vorne und wir begrüßen euch noch einmal bei unserem tollen Schlachthof, die Seema-Bürgermeer. Luskopf! Die Seema-Bürgermeer. Der Seema-Bürgermeer. Diese ist voller Ankündigung. Was passiert jetzt? Wir sind ja ganz gespannt. Untertitelung des ZDF, 2020 Eine Frau wacht mitten in der Nacht auf und stellt fest, dass ihr Ehemann nicht im Bett ist. Sie zieht sich ihren Morgenmantel an und verlässt das Schlafzimmer. Er sitzt am Küchentisch vor einer Tassé-Café, tief in Gedankenversuchen und starrt nur gegen die Wand. Sie kann beobachten, wie ihm eine Träne aus dem Auge rinnt und er einen kräftigen Schluck von seinem Kaffee nimmt. Aber Liebchen, was macht ihr denn zu dieser Uhrzeit hier in der Küche? War ich nicht wert, war ich? Oh ja, was werde ich nie vergessen. Was ist denn zu dieser Uhrzeit? Wie ist denn zu dieser Uhrzeit? Wie ist denn zu dieser Uhrzeit, wozu man noch? Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.